Guten Tag, herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Jetzt übst du Vokabular. Wiederhole nach mir. Der Bus. Der Bus. Der Zug. Der Zug. Der Bahnhof. Der Bahnhof. Das Gleis. Das Gleis. Die Straßenbahn. Die Die Bushaltestelle. Die Bushaltestelle. Die Bahnhaltestelle. Die Bahnhaltestelle. Der Sitzplatz. Der Sitzplatz. Der Haltegriff. Der Haltegriff. Der Entwerter. Der Entwerter. Das war Vokabular. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us. www.barbelia.us. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.